Zurzeit verklebe ich Korkplatten hier auf der Steinbruchkante um die Steinbruchwand zu vergrößern und mache ganz gute Fortschritte. So jämmerlich das nach den ersten zwei Belagen, die ich da geklebt habe, auch aussah, inzwischen wird es eine immer respektablere Steinbruchwand. Ich überlege jetzt ernsthaft, die auf dieser Hülle zu belassen. Dann kommen noch zwei Lagen drauf, die etwas breiter sind, die hier rüberkragen. Und dann ist die Sichtblende noch super gegeben. So. 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 �ern wie also. noch mal ordentlich einen anlegen so Untertitelung des ZDF, 2020 und dann wird der Ballast fällig und dann wird der Ballast fällig und dann wird der Ballast fällig Und der nächste Stoßballast. Und der funkcjonalnej praktycznej praktycznej praktycznej. Wobei ich hier noch eine hätte, die ich loswerden möchte. Fünf und zehn. Fünf und zehn. Fünf und zehn. Wenn meine Zirn doch durchkutieren, wenn ich, meine Zirn doch nicht hier ist. Fünf und zehn. Fünf und zehn. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das wäre gut gelegt Das wäre bisher noch ein Stück, das ich da ansetzen kann So, das wäre gut gelegt Hier muss ich jetzt erstmal ein klein bisschen wirken Ganz allzu viel bei ausgefasert und ausgebrochen So, das wäre gut gelegt So, das wäre gut gelegt Und noch ein bisschen. Unten habe ich Flockballast drauf. Das Stück kann mir gut am Markt sein. Das Stück kann mir nicht aufhören. Das Stück kann mir nicht mehr annehmen. Beide ich aufhören. Das Stück kann mir nicht mehr annehmen. Die Flockballast drauf. noch ein letztes Stück so So, dann was drauf. Und geschlafft.